Es geht nicht darum, welche Fassade man vertritt, sondern es geht um den Kern einer Sache. Und manchmal ist es wichtiger, einen richtigen Ton zur richtigen Zeit so zu sagen, dass er jemanden berührt, als viele, viele Worte zu verschwenden, um etwas zu sagen, von dem man gar nicht weiß, was man sagt. Es geht nicht darum, welche Fassade man vertritt, was man sagt. Es geht nicht darum, welche Fassade man vertritt, was man sagt. Es geht nicht darum, welche Fassade man vertritt, was man sagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020